Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Cast. In der heutigen Folge sprechen wir wieder mal über den Bitcoin ETF. Wir sprechen darüber, wie man Medieninhalte monetarisieren kann und was Axel Springer damit zu tun hat. Und dann schauen wir uns noch an, wie ihr trotz den roten Zahlen mit euren Kryptos Geld verdienen könnt. Bevor wir loslegen, bitte Kanal abonnieren und auch gerne Podcast abonnieren und auch gerne einen Daumen hoch schenken. Das hilft wirklich, den Kanal größer zu machen. Ich freue mich darauf, vielen Dank. Aber springen wir gleich in diese erste News Story. Und zwar geht es um die CBOE, über die wir ja schon vor ein paar Tagen gesprochen haben. Die haben den Venec Solid X Bitcoin ETF, den sie eigentlich für institutionelle Investoren anbieten möchten. Der war bei der SEC, also bei der amerikanischen Börsenkommission. Und den haben sie vor ein paar Tagen zurückgezogen. Ganz einfach, in den USA hat es vor ein paar Tagen, beziehungsweise bis vor ein paar Tagen den sogenannten Government Shutdown, also den Regierungs Shutdown gegeben, bei welchem der Präsident eigentlich die ganze Regierung wie lahm gelegt hat und einfach mal gesagt hat, hey, bevor wir uns einigen bezüglich einem Thema, macht hier niemand mehr gar nichts. Und da ist natürlich dann auch die SEC, also die Börsenkommission davon betroffen. Und die CBOE, also die Chicago Board Options Exchange, hat dann gefunden, wir ziehen den Antrag lieber zurück, weil der ist dann hängig. Und während der hängig ist, dann verprassen wir die Tage. Weil wenn man so einen Antrag einreicht, dann hat man eine gewisse Zeit, in welcher die SEC, also die Börsenkommission, das Ganze anschauen kann und dann einen Entscheid trifft, ja oder nein. Wenn jetzt diese Zeit während des Shutdowns natürlich weiterläuft, dann verliert man wertvolle Zeit. Deshalb nimmt man das Ganze zurück, macht entsprechend eine Änderung. Ich habe gelesen, dass etwa 40 Seiten angepasst worden sind. Insgesamt sind es 132 Seiten. Wer das Ganze anschauen möchte, kann das machen. Ich glaube nicht, dass es eine ganz, ganz große Sache hier sein wird, weil der ETF, wie gesagt, der erste ETF wird sicher eine große Sache, aber danach sollte der ETF eigentlich ein gang und gäbe ETF oder Finanzprodukt eben werden. Und dann werden wir sehen, ob das wirklich einen Einfluss auf den Preis haben wird. Als nächstes eine sehr spannende Story. Und zwar geht es, springen wir nach Deutschland zum Axel Springer Verlag. Die schauen nach vorne und sagen, wir wollen Blockchain integrieren in unseren Content. Also wir wollen, wenn ihr auf Nachrichtenseiten seid etc., wollen wir eine Art Paywall einbauen. Also eine Art der Content, der Inhalt der Nachricht wird dann wie versteckt und dann muss man bezahlen. Das macht man heute bei unterschiedlichen Nachrichten und Magazinen und Zeitungen bereits auch schon. Man sagt dann einfach, hey, nur Abonnenten dürfen hier weitergehen. Und Axel Springer möchte jetzt hier aber mit Satoshi Pay zusammenarbeiten und Content via Blockchain beziehungsweise Kryptozahlungen eigentlich für andere Leute öffnen. Das ist eine ziemlich coole Sache. Ich hatte interessanterweise Satoshi Pay bereits vor eineinhalb Jahren mal ausprobiert und zwar auf einem Blog. Und da hat das Ganze relativ gut funktioniert. Man kann hier, wenn ihr auf satoshipay.io gebt, dann könnt ihr glaube ich hier sogar das Ganze ausprobieren. Unten rechts für die Podcast-Hörer gibt es eine Möglichkeit, wie man das Ganze mit Stellar Lumens, weil Satoshi Pay basiert auf Stellar Lumens, das Ganze aufladen kann, mit einer Wallet ein bisschen spielen kann und dann eigentlich sehen kann, wie das Ganze funktionieren kann. Satoshi Pay hat eigentlich es sich zum Ziel gesetzt, sogenannte Micropayments, also ganz, ganz kleine Zahlungen entgegenzunehmen und eben zu vereinfachen und macht das Ganze eigentlich relativ gut. Die Leute von Satoshi Pay sitzen in Berlin und in London und die sind jetzt, wie gesagt, mit Axel Springer in einer Art Partnerschaft und Axel Springer möchte das kommenden Frühling mal einsetzen und mal schauen, ob die Leute da draufsetzen werden. Das Ganze, wie gesagt, basiert auf der Stellar Blockchain, läuft sehr, sehr, sehr schnell ab. Also die Stellar Blockchain ist grundsätzlich sehr schnell. Für die, die es nicht wissen, interessanterweise der Gründer von Stellar war ursprünglich auch der Gründer von Ripple und hat dann später nach einer, ich glaube, es war ein bisschen Gründerstreit, Gründerdiskussion, ist dann weggegangen von Ripple und hat dann ein paar Monate später Ripple als Basis genommen und dann angefangen, gewisse Sachen zu ändern und damit Stellar gebaut. Mittlerweile ist Stellar wirklich eines der interessanten Projekte und man kann basieren auf der Stellar Blockchain eben auch andere Währungen und in diesem Fall sind das US-Dollar und Euro-Zahlungen tätigen. Das wird sehr spannend sein, wie gesagt, im Frühling werden wir mehr erfahren. Probiert das Ganze mal auf, hier eben, wie gesagt, SatoshiPay.io und dann könnt ihr mal das Ganze genau anschauen, wie das genau funktioniert. Kann hier eben, wenn man hier einen Top-Up gemacht hat, könnte mir, kann man hier eben eine kleine Zahlung machen, beziehungsweise hier und dann kann man das Ganze, sobald es eigentlich bezahlt ist, hat man dann etwas auf dem Wallet und kann dann hier eine Zahlung machen. Das ist ziemlich cool, funktioniert relativ schnell, ist sehr günstig. Wie gesagt, die Anwendungsfälle sind, sei es zum Beispiel dieser YouTube-Kanal, könnte SatoshiPay funktionieren, Gaming-Streamer könnten so funktionieren, wie gesagt, Nachrichtenmagazine, Zeitungsinhalte via Klein- oder Mikrozahlungen zu akzeptieren, könnte natürlich auch gehen und Axel Springer ist da natürlich interessiert, die Einnahmen nach oben zu treiben. Als nächstes auch eine spannende Story und zwar fragen sich viele Leute, was kann ich in dieser schlechten Krypto-Zeit, in der Zeit, in welcher die Preise nach unten gehen, beziehungsweise unten bleiben, mit meinen Kryptowährungen machen. Natürlich, je länger man Kryptos haltet oder eigentlich jedes Investment, hat man sogenannte Opportunitätskosten, das heißt, dadurch, dass man das Geld irgendwo bindet, dann hat man eben die Opportunitätskosten, irgendwo anders investieren zu können und dementsprechend eben Gewinne machen zu können. Das kann man jetzt natürlich nicht. Wir sagen ja immer, bei Kryptos langer Anlagehorizont, wir sind es relativ am Anfang. Es kann 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre gehen, bis eure Kryptowährungen überhaupt etwas wert haben. Vielleicht werden sie auch gar nichts wert haben, da müssen wir einfach realistisch bleiben. Aber darum geht es auch nicht. Und zwar geht es darum, dass die Kryptos, die ihr momentan auf den Wallets haltet oder irgendwo anders, die könntet ihr idealerweise in einem sogenannten Proof-of-Stake-System eigentlich brauchen. Wie ihr wisst, Bitcoin funktioniert mit dem sogenannten Proof-of-Work-Algorithmus. Da braucht man Schürf-Hardware, um eben diese Bitcoin zu schürfen und da werden entsprechend Rechnungen gemacht durch die Computer, durch die Rechner, die intensive Rechnungen machen. Und wenn eine mathematische Aufgabe gelöst worden ist, dann wird eben dieser Block generiert und ein sogenannter Block-Reward wird dann ausgezahlt für den Schürfer, den Miner, der eigentlich die Rechnung richtig gelöst hat. Beim Proof-of-Stake ist das System ein bisschen anders. Da kann man ganz einfach seine Coins staken, also in die Runde werfen und konkurriert dann eigentlich mit den anderen, die eben auch in die Runde geworfen haben. Und dann wird ganz zufällig via Algorithmus dann gewählt, welcher eigentlich den Block-Reward kriegt. Es wird quasi, man bezahlt, man geht wie mit, um die Rechnung eigentlich zusammen zu lösen. Es wird dann ein kleiner Teil eigentlich abgezogen, eine Art Gebühr, die dann eben zur Berechnung unter anderem auch verwendet wird. Und danach wird dann ganz zufällig ausgewählt, wer quasi den Stake, den den größten oder besten, den richtigsten Stake in diesem Moment gesetzt hat und kann dann quasi Geld zurückverdienen. Momentan ist Ethereum daran, eine Art Proof-of-Stake auszuprobieren. Das ist natürlich noch weit entfernt. Es gibt andere Krypto-Projekte, die das machen wollen. Und da wird es natürlich sehr, sehr spannend sein, vor allem eben, wenn wir davon ausgehen, dass die Krypto-Zeit weiterhin, ich zeige es hier gerade für die Podcast-Hörer, von den Preisen her eher nach unten geht. Da wäre es natürlich spannend, wenn man natürlich einfach die Kryptos in einen Pott werfen kann und so eigentlich die Kryptos vergrössert, ohne dass man effektiv etwas dafür machen kann. So können die Entwickler weiterhin arbeiten. Das System, das Netzwerk bleibt eigentlich am Leben und ihr verdient eigentlich passiv Geld damit, indem ihr eigentlich die, sagen wir jetzt in diesem Fall Ethereum, die eingeworfenen Ethereum, entsprechend mit Ethereum wieder vergrößern könnt. Das auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Ich werde mal ein Video zu Proof-of-Stake ein bisschen im Detail machen, dann können wir uns das Ganze ein bisschen mehr im Detail anschauen. So, bevor wir die heutige Folge beenden, morgen werde ich ein Interview machen und zwar mit Florian Mayer, aka Marsmensch. Und das Thema wird Masternodes, Proof-of-Work und solche Krypto-Themen sein. Das heißt, sehr spannende Themen. Wer also noch Fragen hat für Florian, also wie man Masternodes aufsetzt, was Masternodes überhaupt sind etc., gerne in die Kommentare. Ich werde die Kommentare noch kurz durchschauen und wenn sich dann da etwas ergibt, dann kann ich das gerne auch fragen. Wann ich das Interview jeweils veröffentlichen werde, weiß ich noch nicht. Wir werden es sehen. Vielleicht schon morgen, vielleicht am Montag. Auf jeden Fall sehen wir dann, wenn das Ganze live geht. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder auf jeden Fall. Macht's gut. Wie immer, bitte Daumen hoch geben, Kanal abonnieren, Podcast abonnieren. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dann und Tschüss.